luftdruck 0,2 millibar temperatur 6 grad aus temperatur in grad a 16 die höhe liegt bei 39.000 metern du hast freigabe zum sprung ok es sieht ziemlich weit aus von hier oben ich werde springen los hey ich bin am leben hey du hast du bekommst du so ein let's play wir haben einen neuen rekordhalter 40.000 40.000 meter oder der ist noch einen kilometer gestiegen nachdem ich da gesagt habe ja 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 so ok ja gut kann man ja loslegen wie man sieht wieder mit gast ja guten tag hallo ja ich würde sagen dann legen wir los mit unserem let's play und haben wir was vorbereitet nein nein also nein warte mal irgendwas stört mich hier grad noch ja ich geh weg Ich wollte gerade schon fragen, ist es Daniel? Nein. Ist irgendwie ein böse Guck. Nee, das hakelt mir wohl zu viel. Es hakelt? Ja, es hakelt. So wie am Anfang immer. Bei mir ist schönes Wetter, ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt mittlerweile. Das liegt 100% an MadMoss. Hab ich wieder reingemacht. Was für ein P? MadMoss. Ach der MadMoss-Mod, okay. MadMoss-Mod. MadMoss-Mod. Ne, irgendwie konnte ich das doch ausstimmen, das FC. Oh. Äh. Oh. Ah. Äh. Öh. 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 Was klopst du hier rein? Fleisch? Ja, ich bin nur Fleisch mit dabei ab und so. Menü ist dann mal Ö. Öh. Ja, ich hätte auch gerne das Menü. Öh. Okay, ich auch. Öhm. Okay, ich würd' sagen, in diesem Let's Play machen wir dann ... also gehen wir nochmal zu unserer anderen Welt, würd' ich sagen. Oder? Naaaahhh. War das ein Ja oder ein Nein? Ich will grad Metmos ausmachen. Aber jedes Mal komm ich dann in Zombies Modpack. Nein. Das ist blöd. Interessant. Nein. Okay. Oh, mir ist grad aufgefallen. Ich war grad noch im Creative Mode. Achso, von eben, ja. Verdammt, ich komm da echt nicht rein. Mano, das ärgert mich grade. Ärgern, ärgern! Ja, dann ist das alles wieder so blöd mit dem Gucken heute die Aufnahme. Egal. So, wir, ich würd sagen, wir gehen noch mal zu unserer anderen Welt, oder? Da, zur Monsterfalle. Ja, das war ja Warp 1, ne? Nein, das war Warp 2. Warp 2? Ja. Welcome! Eider raus! Du bist nicht da. Ha, doch, jetzt. Nein, du bist unsichtbar. Wie ich bin unsichtbar. Bei mir ist er da. Bei mir seid ihr beide da. Ach, da. Da ist er jetzt. So, mal gucken, wie es denn bei unserer schönen Welt aussieht. Also bei unserer schönen Monsterfalle. Die immer wieder größer wird. Oh, da ist grad was untergefallen. Ja, ich hab's auch gesehen. Einer da raus. Alter, oh, jetzt geht's ja aber richtig ab. Ah, da oben ist auf jeden Fall was los, weil es ist noch nicht geladen und da ist echt was. Alter. Sogar ein Enderman war da oben drin. Ja. Guck ich mal rein. Nein, 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 lass zu, lass zu, lass zu. Nicht aufmachen. Ähhh. Alter, da fliegt ja alles runter. Ich bin gerade noch am Experimentieren, weil ich bin noch nicht zufrieden. Du bist noch nicht zufrieden? Ich bin noch nicht zufrieden, nein. Warum? Weil mir hier zu wenig Monster runterkommen. Zu wenig? Ja. Ah, ein Creeper. Lassen die grad nix fallen? Hat der jetzt nichts fallen lassen? Die haben alle nix fallen lassen. Huh. 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 Okay. Da kommt wieder eine Spinne. Ach, doch jetzt. Da jetzt, jetzt. Wollte ich gar nicht sagen. Also, da kam jetzt was runter. Äh, ich würd sagen. Wir können ja heute mal ein NPC Dorf suchen, womit wir handeln können. Weil das, was wir am Anfang gefunden haben, da bist wir ja hingegangen. Ein Kill. Äh, Ender Perle, Ender Perle, Ender Perle. Ja. Da reicht der. Alles kaputt gemacht. Äh, alles zerstört und alle umgebracht. Dankeschön, Daniel. Watze. Watze, Daniel, ist egal jetzt. Komm. Oi. Was macht der denn da? Wer, was, wo? Der Creeper hier. Nein. Ich kann keine Knochen mehr aufheben. Nein. Daniel. Wir haben den Mond vergrößert. Was, den Mond? Ich sag nix. Was hast du vergrößert? Ah. 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 Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen, ne? Knapp drei Wochen. Drei, drei, ja kann sein. Drei Wochen haben wir dann nicht mehr aufgenommen. Ja. Weil wir hatten auch genug Folgen. Hoho. Und wir haben was nicht rausgehauen in einer Zeit. Ja. Meine Schuld, tut mir leid. Äh. 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 Ja. NPC-Dorf. In welche Richtung? Wir machen schon die Erfindung. Aber ich muss, ich muss erstmal auskrempeln. Achte. Muss ich erstmal dringendst. Mit ST. Achte. Äh. Wir machen Boots-Tour. Oh ja. Über's Meer. Gerne. Dann... Es macht Spaß. Brauchen wir noch Boote. Äh. Ach, wir haben ja noch Schleimbälle. Äh. Ah, cool. Dann kann ich ja... Ah, okay. Wir haben noch Schleimbälle? Ja, wir haben Schleimbälle. 20 Stück sogar. Ich hab mal drei Boote gemacht. Oh! Guck mal, wie viele Ressourcen wir haben. Oh! Oh! Ich hab da übrigens, äh, was gesehen. Ne? Das würd ich gern noch verbessern. Ich sag noch nicht, was es ist. Äh. Ich hoffe, das geht mit der nächsten Version. Dann, äh, wird nämlich, äh, bisschen was mit Verzauberung gehen. Ich hab mir da ein paar Gedanken darüber gemacht. Du hast dir Gedanken gemacht? Ja! Ich hab's in einem anderen Let's Play gesehen. Hab mir gedacht, sowas könnte man eigentlich auch machen. nur halt nochmal anders. Ist dann ein wenig Cheaten, aber ich glaube, das geht in der nächsten Version vom Spielhallen schon alleine her, ohne irgendwas zu installieren. Deswegen wäre es dann doch kein Cheaten. Cool. Okay. Äh, hat ja da ein Boot. Ich hab Essen gemacht. Ich hab ein Boot und ihr müsstet auch ein Boot haben. Ich hab ein Boot plus R. Ich hab ein Boot plus R. beruht. Ich bin der Versorgung. Ich bin der Versorgung. Heute, egal. Wenn wir uns ins Wasser legen, haben wir ein U-Brot. Warte. Warte. Ein U-Brot. Meins. So ein schlechter Wortwitz. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung. Welche? Die hier. Da hinten. Da hinten. This way. Okay. Obwohl... Vielleicht nach oben. Hier so. Nach da hinten. Da sind wir noch gar nicht lang. Stimmt. Lang. Wieder mit K. Lang. Mit K. Nein! 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 Wiridadeff! Nein! Das ist ein super Anfang. Alle gleichzeitig das Boot ins Wasser legen wollen. Ist doch perfekt! So. Äh, ich habe nicht genug Holz für ein Boot. Ihr könnt es eins von mir haben! Ich habe zwei! Danke schön! Schneid doch einfach das... Scheid doch einfach vom Brot, dass er ab! Aha! Haha! war also ich weiß schon gut welche Richtung fährt Mainz immer in die Richtung wo du guckst hey du hast dich weggeschubst warte ich gehöre Daniel ja ja ich bin da ich bin da so ich bin jetzt auch da Miau Nein 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 Aha ich hole dich ein Ich hole dich ein Nein Doch Ist doch nicht scheiße Doch jetzt Ha Ich kann jetzt nicht nach hinten gucken Ist der Angel noch da? Ja 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 Nein Verdammt ich bin abgebremst Nein Du kostest bei mir weg Bei mir noch nicht ich seh das Boot noch Ich seh gar keinen ich weiß nicht wo er hinfährt Ach da okay Jetzt hat er aneinander gestoßen Wollte ich gar nicht sagen Oh Tintenfischis 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 Oh äh warum ist ja eigentlich gar nichts Ich hab keine Ahnung Ich hab Angst Ich seh jetzt irgendwie hier versauern In der Pampa Haha nein Das soll nicht versauern Alter hier kommt einfach nichts Ich sehe einfach nur was blaues das war's Aber es ist ein schöner Sonnenuntergang da rechts Ja Ja das stimmt Und es wird langsam dunkler und dunkler Und Alter wie viele Tintenfische sind ja grad auf einmal gespawnt Ich glaube das würde einem ganz ganz Also einer bestimmten Person ganz ganz doll nicht gefallen Verdammt wo müssen wir eigentlich in welche Richtung müssen wir Da hinten Er hat einen Tintenfisch Lukas Trauma Nein einen Tintenfisch Trauma Könnt ihr mich sehen? Fahrt ihr mir hinterher? Ich fahr dir hinterher ja Kann ich dich sehen aber dein Boot Ist gut Oh da ist Land aber Nur so Popels oder? Nein das ist Land Was echt? Ja hier Muss ich jetzt bremsen oder? Wäre vorteilhaft Meinigen sind schon am Arsch also ist mir das egal Hier ist gelber Sand hier hat wohl jemand ein bisschen zu viel gepinkelt Oh da ist ein Creeper da hat wohl jemand zu viel gepinkelt Ich hab ihn gehört Oh da war eine Explosion ich glaub hier war ein Ein Matchmordattentäter Ich glaub hier hat jemand zu viel gepinkelt Ich glaub mein Boot ist verloren gegangen Ja das Boot ist weg Scheiße Aber ich glaub da hat jemand zu viel gepinkelt Kann es sein dass wir ja schon mal waren? Was kommt mir mir so bekannt vor? Da ist ein Enderman Ja Ich seh noch Da ist ne Spinne Bei mir baut sich die Welt gar nicht richtig auf Da sind noch zwei Spinnen Seh sie nicht Da bimben sie fliege Hä? Keine Ahnung Oh da flieg ich wieder Das ist ganz seltsam Wenn ich doppelt Also wenn ich doppelt eine A-Taste mache Dann fliege ich irgendwie obwohl Nein nein Ich bin in meinen Schuss reingerannt Nein Ich bin nicht getroffen Nein Komm Wer ist mich verarschen du scheiß Skelett Ha 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 So Äh 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 Hehehehe Äh Komm her Hallo Ding Das hat ein Freund gefunden Komm her Tocke Noch ne Enderperle Jawoll ich hab sie Achso Achso Und ich habe auch eine gute Nachricht Bald Kriege ich Also bekomme ich meinen neuen PC Das heißt Wir können andere Let's Plays aufnehmen Und wir können aus deiner Sicht zeigen Ja Das heißt ihr könnt mir mal zuschauen wie ich stehe Da hinten ist ein PC Dorf das gibt's doch nicht Oder Ah nein ich wusste dass wir schon mal hier waren Das ist unsere Markierung Ja ich wusste dass wir hier waren ich wusste es Ihr habt doch gesagt mir kommt das so bekannt vor Leider Dieser Furzturm hier Ich glaub wir müssen mal weiter äh 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 Warten Wir waren auch sogar mit Daniel hier Das kann gut sein Ich baue jetzt nochmal ne Working Bench Und jetzt machen wir uns wieder Boots und fahren weiter Noch ne Enderperle Da ist ne Working Bench Ich bin zwei ist mir egal Ich wusste dass wir hier waren Wie kam das auch so bekannt vor ne So Ja Da sollen wir jetzt schon zweimal hier waren Dann können Ne wir haben ja schon jetzt zwei Gebiete wo wir am Bauen sind Ja Das reicht erstmal würd ich sagen So ich bin schon im Boot Achso wir fahren weiter Ich brauch auch ein Boot Jaja Kannst du da bauen Ich hab noch Holz hier warte Ich hab kein Holz mehr Nooo Ich bin voll unvorbereitet Ich schwabbel hier schon mal ein bisschen Wasser rum Ja das geht echt hoch und runter Hä wie machst du das Du schwabbelst wie ein Schwambo oder was Ja wie ein Schwambo Ja guck doch mal ich geh doch hoch und runter oder Dankeschön Daniel So Daniel guck mal Äh Batze Ja Geh ich hoch und runter Ja ein bisschen Ja Ja Wie machst du das Keine Ahnung ich stehe ich dir einfach Sitz hier einfach Du auch So lustig So und ab die Post Du bist Wie hinterher Äh Ist das hier ein Fluss Nein das ist kein Fluss Ah hier ist hier ist mehr Okay Dann gehen wir einfach in die Richtung hier Mal gucken einfach geradeaus Dann teilen wir ja wieder zurück Nee Doch Gar nicht Nee Okay ich hab die Orientierung verloren Ja wenn wenn Also Bist du grad genau hinter mir Nicht ganz genau Ich hab das Äh Parallel zu dir seitlich versetzt Okay aber auf jeden Fall jetzt auf der rechten Seite Würde es dann wieder nach Hause gehen Achso Glaube ich Oh da Tittenfische Ausweichen Ausweichen Da ist Land Ja Das ist echt Land Äh Baum Waaah Du bist aber schnell unterwegs Waaah Nein 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 Waaah Warum hängt grad bei mir Minecraft Kann mir jemand sagen wo ich grad bin Du bist mit noch mehr Ja hinter mir ganz weit hinter mir Oh das ist Klett Hier will ich nicht hin Hilfe Bin ich am Stehen Ja Aaaaah Oh du bist rausgeflogen Geht das schon wieder los Das ist Das ist Das ist